Hey Leute, ich bin's Benni vom Aquaporisten-Kanal und offensichtlich hier draußen, es ist jetzt Mitte November und ich denke mal Klimawandel sei Dank. Also ich habe das die letzten Jahre ja so ein bisschen mitverfolgt, wie es so aussieht mit den Temperaturen und dass es wirklich so lange so warm bleibt, ja, das habe ich zumindest in den letzten Jahren nicht feststellen können. Letztes Jahr haben wir die Tiere deutlich früher reingeholt und jetzt, ja gut, man muss dazu sagen, ich hatte ja nur subtropische Tiere hier draußen, die es auch wirklich kälter abkönnen, also das sollte man dann nicht mit irgendwelchen tropischen Tieren nachmachen, sondern das sind alles Tiere, die jetzt auch im Winter kalt brauchen, nicht unbedingt brauchen, aber teilweise schon brauchen, wenn es Richtung Vermehrung gehen soll. Und ja, das, was wir letztes Jahr schon so schön hatten, waren die Chana, Chana Andrau in diesem Fall. Und dieses Jahr hatte ich ja sogar zwei Arten Chana draußen, nämlich einmal wieder die Chana Andrau. Davon habe ich aber nur ein Pärchen rausgesetzt, das hat sich irgendwie so ergeben, weil das andere Paar immer gebrütet hat, hat leider immer die Eier geschluckt, aber ich wollte sie dann nicht währenddessen raussetzen, habe sie dann halt drin gelassen, zum besser beobachten. Und die werde ich jetzt auch bald holen. Ich merke, dass das auch, obwohl die quasi konstante Temperatur haben, die jetzt das quasi natürlich schon drin haben, dass die nicht mehr so stark fressen. Und das ist bei Chana schon ein deutliches Zeichen. Also das werde ich jetzt mal, wahrscheinlich mache ich noch mal ein eigenes Video zu, falls ihr es unbedingt sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Hier jedenfalls haben wir angefangen, die IBCs abzufischen. Letztes Jahr hatten die sich ja so Gänge in den Wurzeln der Weiden gegraben, kann man ja nicht sagen, geformt. Keine Ahnung, wie sie das genau gemacht haben. Steckten da jedenfalls drin. Deswegen hatte ich es dieses Jahr auch vermutet, dass sie da drin stecken. Ich habe da ganz vorsichtig die ganzen Wurzeln auseinander gepoolt und auch extra den Kescher drunter gehalten. Aber kein Schanein-Sicht. Sehr wohl aber solche Röhren. Also ich vermute, dass sie normalerweise da drin sitzen. Und jetzt, warum auch immer, vielleicht haben sie gemerkt, dass ich da angefangen habe zu wühlen. Jedenfalls waren sie dort nicht drin. Ja, hat dann auch erstaunlich lange gedauert, bis ich die Chanas dort rausgefangen habe. Also man denkt ja immer, relativ große Tiere. Oder hier gibt es jetzt, wenn ich die ganzen Stöcke und so alles da rausgenommen habe, auch große Moospolster waren da unten drin. Wenn ich das alles rausgenommen habe, ja, da geht man davon aus, da ist jetzt nicht großartig Versteckmöglichkeit. Die sollten doch sofort rauskommen. Zwischendlich hatte ich sogar schon mal unten den Auslass aufgedreht. Nicht, dass sich da einer drin versteckt hatte. Kann ja wohl nicht sein. Ja, schlussendlich, nach langem Gescher, habe ich sie dann doch beide wieder zu Tage befördert. Die war noch sehr langsam. Also ich hatte das ja gesagt, wir hatten immer zweistellige Temperaturen. Und jetzt ist es eindeutig, dass es einstellig wird. Also wir sind jetzt hier, ich hatte immer nachgemessen, so um die 10 Grad. Kann sein, dass es jetzt mal über Nacht ein bisschen kühler wurde. Und das ist auch die Grenze, wo man sagen würde, na, also kälter brauchen es die Chanas nun wirklich nicht. Die werden jetzt auch, ich hatte sie jetzt zwischengelagert in so einer Ikea-Box. Da sind ein paar kleine Höhlen reingesetzt. Die brauchen im Prinzip zum Überwintern nur relativ wenig Wasser. Dunkel und kühl. Jetzt habe ich sie, wie gesagt, da erstmal in den Anbau reingestellt. In das Kaltwasserzimmer sozusagen. Ein bisschen Temperatur angleichen. Dann werden die in den Keller umziehen, wo das letztes Jahr auch gut geklappt hat. Da haben sie es ein bisschen wärmer. Das sind eher so 13, 14, 15 Grad. Das ist aber vollkommen ausreichend. Die werden da auch nicht ewig drin bleiben. Sondern so wie letztes Jahr im Prinzip auch, dass ich die wahrscheinlich im Januar schon wieder aus der Winterruhe erwecke. Um mal im Aquarium zu schauen, ob es dann besser funktioniert. Genau, aber da gehen wir einzeln drauf ein. Den zweiten, Chana, ja, das zweite Chana EBC, den ich hatte, war Chana Bleri. Da hatte ich ein uraltes Paar von jemandem aus der EGL übernommen. Der sagte, er musste irgendwie aufhören mit der Aquaristik. Ich weiß es nicht. Ich habe das jedenfalls übernommen und gesagt, ja gut. Ehe die irgendwie, er wusste nicht, wohin damit. Und dann habe ich gesagt, gut, ich übernehme die. Und hatte am Anfang schon relativ Probleme, dass sich die Tiere ganz gut gemacht haben, keine Frage. Aber ein Tier hatte immer Probleme am Auge. Das hatte ich bei Chanas vorher noch nie so, dass dieses Auge so entzündet war. Normalerweise die fetzen sich ja regelmäßig. Und wenn da irgendwas ist, es verheilt eigentlich alles immer wunderbar. Und bei dem Tier war das von Anfang an ein Problem. Ich habe dann da mit Schwarzwasserextrakt gearbeitet und die, ja, verschiedene Sachen ausprobierte. So richtig gut, wollte das nicht mehr. Das ist am Ende tatsächlich auf einer Seite erblindet, hat das Auge verloren. Das war alles danach gut wieder abgeheilt. War also, ja gut, ein einäugiger Fisch kommt schon mal vor. Hat mich aber wirklich, also das war ein Kampf. Das war wirklich ärgerlich. Und trotzdem war es einfach so, die haben auch beide super weiter harmoniert. Und hat auch gefressen, alles wunderbar. Und ich dachte, gut, dann kommen die jetzt über den Sommer auch raus. Auch Shanableri sind eigentlich subtropische Tiere, die halt überwintert werden sollten. Ja, und das war eben genauso, dass wir geguckt haben, hängen die irgendwo in den Wurzeln drin. Waren so ein paar Gänge zu erahnen, aber keiner zu sehen. Und dann sagte schon meine Tochter, ah, da ist doch einer. Ja, also die scheinen dann doch dort rausgefallen zu sein aus den Wurzeln. Zumindest der eine, den ich sofort dann an der Oberfläche quasi aufsammeln konnte. Auch die natürlich, die sind dann relativ langsam. Wenn die, normalerweise haben die dann halt solche Höhlen, da liegen die drin, müssen sich überhaupt nicht mehr bewegen. Atmen einfach nur noch alle, weiß ich nicht, 15 Minuten oder was oder noch länger. Weil die natürlich alles den Stoffwechsel komplett runtergefahren haben. Ja, lange Suche. Das eine Tier war, tot gesagt, die leben länger. Das einäugige Tier sah super fit aus, alles wunderbar. Ja, und das andere Tier habe ich sehr lange gesucht. Ebenfalls wie bei den Andraus, gekeschert, gekeschert, alles rausgekramt, was da irgendwie drin ist. Ja, und bei dem habe ich leider nur noch ein paar Überreste gefunden. Ich weiß nicht, wie lange der jetzt schon gestorben ist. Also der ist jetzt definitiv nicht letzte Nacht oder letzte Woche hier irgendwie verstorben. Es muss schon ein bisschen was her sein, aber es ist natürlich relativ kühl. Ja, da hält sich sowas auch ein bisschen. Sehr traurig, aber wie ich ja schon sagte, ich weiß nicht, wie alte Tiere waren. Das waren schon sehr, sehr große Tiere, die auch vorher schon alt waren. Und ja, ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass sie eben hier draußen waren. Im Gegenteil, die hatten jetzt nochmal einen richtig schönen Sommer. Und auch dieses eine, Spinnweben, dieses eine totgesagte Tier, sieht super aus. Also das ist top. Das wird jetzt natürlich auch überwintert, ein bisschen kürzer und ein bisschen wärmer als die Andraus wahrscheinlich. Oder vielleicht stelle ich sie auch zusammen einfach in den Keller. Und hole es einfach dann früher wieder raus aus dem Winterquartier. Ja, das ist schade. Ich hatte ursprünglich gehofft oder letztes Jahr die ja nochmal angesetzt. Ich hatte die auch kurz etwas kühler gesetzt und gehofft, dass sie dann sich irgendwie noch vermehren. Aber mit dem Auge, da hatten die natürlich andere Sorgen. Und ja, manchmal, man sieht das den Tieren aber auch schon an oder hat es vorher schon angesehen, dass sie einfach uralt waren. Das ist jetzt nicht unbedingt die beste Voraussetzung, um sie nochmal nachzuzüchten. Gut, sowas kommt leider auch vor. Ja, war sehr schade. Aber ich glaube, wie gesagt, nicht, dass es an den Umgebungsparametern liegt. Einfach, weil es dem Kollegen sehr gut geht und den anderen schon das hier draußen auch. Alles wunderbar. Alle natürlich jetzt super träge. Das ist aber normal. Die kommen jetzt in ihre Überwinterungsboxen. Und wie gesagt, ich werde sie dann im Januar wieder, ja, den Frühjahr quasi anfachen und schauen, dass ich zumindest bei den Andraos dann nochmal eine vernünftige Nachzucht hinkriege. Ich weiß jetzt nicht, woran das gelegen hat. Dieses andere Pärchen konnte ich ja hier draußen nicht beobachten. Die werde ich dann erstmal, deswegen hatte ich das ja drüben angefangen, gibt es dann nochmal ein eigenes Video zu dem Kaltwasser, in Anführungszeichen, Raum. Da werde ich das dann ein bisschen unter kontrollierten Bedingungen nochmal versuchen. Alles klar, das war das Reinholen der Schanner. Ja, es funktioniert nicht immer alles hundertprozentig, aber ich bin ja schon ganz froh, dass keiner rausgesprungen ist. Das kann ich auf jeden Fall als Fazit schon mal festhalten. Ihr seht hier schon so ein bisschen. Ich habe das Wasser nochmal auf Anraten von einigen Kollegen aus der EGL. Auch Florian an der Stelle, herzliche Grüße. Ich konnte das nie beobachten. Er hatte nämlich starke Bedenken, dass die Schanner raus springen. Ich konnte es nie beobachten, dass irgendeiner nur Anstalten macht, auch wenn ich die im Sommer ab und zu mal gesehen habe. Alles wunderbar. Vielleicht, weil ich sie jetzt als Pärchen eingesetzt habe. Das war ja auch meine Angst letztes Jahr. Aber als Pärchen, ja, kein Stress zu sehen. Keiner rausgesprungen, auch von den anderen keiner rausgesprungen. Das war ja der Hauptpunkt. Und ich glaube, dass es, wie gesagt, hier eigentlich ganz schön für die im Sommer mal halbwegs natürlichere Umgebung zu haben. Mehr Platz, mehr Pflanzen, mehr natürliches Futter. Ist, denke ich, weiterhin der richtige Weg, um solche Schanners dann dauerhaft auch halten zu können. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.